Ihr seid doch Träumer. Nein, sind wir nicht. Yugi gibt niemals auf. Und wir geben ihm nicht auf. Unglaublich. Habt ihr sie nicht mehr alle? Weevil hat Yugis stärkstes Monster vernichtet. Er hat nur noch läppische 50 Lebenspunkte. Er kann nicht mehr gewinnen. Ich denke, es ist Zeit, die Luft abzuhalten. Freu dich nicht so früh, du selbstsüchtiger, aufgeblasener, blondgefärbter, einfältiger Windbeutel! Tu uns den Gefallen und verschwinde, du Ziege! Reg dich nicht auf. Tu so, als wär sie nicht da, Thea. Yugi steckt in Schwierigkeiten. Ja, aber wie können wir ihm helfen? Keine Ahnung. Vielleicht können wir ja Mai gegen ein paar Lebenspunkte eintauschen. Das wär nicht schlecht.